Sura 6, El-En-Nam, das Vieh, offenbart zu Mekka, 165 Ejet. Im Namen Allahs, des Al-Erbamas, des Barmherzigen, der Himmel und Erde erschaffen und die Finsternisse und das Licht gemacht hat. Doch setzen jene, die da ungläubig sind, ihrem Herrn anderes gleich. Er ist es, der euch aus Lehm erschaffen hat, und dann bestimmt er euch eine Lebensfrist. Und eine weitere Frist ist ihm bekannt. Ihr aber zweifelt noch. Und er ist Allah, der Gott in den Himmeln wie auch auf der Erde. Er kennt euer Verborgenes und euer Verlautbares, und er weiß, was ihr begeht. Und es kommt zu ihnen auch nicht ein Zeichen von den Zeichen ihres Herrn, ohne dass sie sich davon abwenden. So haben sie die Wahrheit für Lüge erklärt, als sie zu ihnen kamen. Bald aber soll ihnen von dem Kunde gegeben werden, was sie verspotteten. Sehen sie denn nicht, wie so manches Geschlecht wir schon vor ihnen vernichtet haben? Diesen hatten wir auf der Erde Macht gegeben, wie wir sie euch nicht gegeben haben. Und ihnen sandten wir vom Himmel reichlich Regen, und unter ihnen ließen wir Bäche fließen, dann aber tilgten wir sie um ihrer Sünden willen aus und erweckten nach ihnen ein anderes Geschlecht. Und sie sagen, wäre ein Engel zu ihm herabgesandt worden. Hätten wir aber einen Engel herabgesandt, wäre die Sache entschieden gewesen. Dann hätten sie keinen Aufschub erlangt. Und wenn wir ihn zu einem Engel gemacht hätten, hätten wir ihn doch als Menschen erscheinen lassen. Und so hätten wir ihnen das noch mehr verwirrt, was sie selbst schon verwirrt. Schon vor dir wurden Gesandte verspottet, doch das, worüber sie spotteten, erfasste die Spötter unter ihnen. Sprich, wandert im Lande umher und seht, wie das Ende der Verleugner war. Sprich, wem gehört das, was in den Himmeln und was auf Erden ist? Sprich, Allah, er hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Er wird euch gewiss in den Gräbern versammeln bis zum Tage der Auferstehung. Darüber besteht kein Zweifel. Jene aber, die ihrer selbst verlustig gegangen sind, glauben es nicht. Ihm gehört das, was in der Nacht und am Tag ruht. Und er ist der Allhörende, der Allwissende. Sprich, sollte ich einen anderen zum Beschützer nehmen als Allah, den Schöpfer der Himmel und der Erde, der Nahrung gibt und selbst keine Nahrung nimmt? Mir wurde geboten, dass ich der Erste sei, der sich ergebe, und sei nicht einer der Götzendiener. Sprich, ich fürchte die Strafe eines gewaltigen Tages, sollte ich meinem Herrn ungehorsam sein. Wer an jenem Tage davor bewahrt bleibt, dem hat er Barmherzigkeit erwiesen. Das ist ein offenbarer Erfolg. Und wenn Allah dir Schaden zufügt, so kann ihn keiner als er hinwegnehmen. Und wenn er dir Gutes beschert, so hat er die Macht, alles hinwegzunehmen, was er will. Er ist der, der über seine Diener Macht ausübt, und er ist allweise, der wohl unterrichtet ist. Sprich, was für ein Zeugnis wiegt schwerer? Sprich, Allah ist mein und euer Zeuge. Und dieser Koran ist mir offenbart worden, auf das ich euch damit warne und jeden, den er erreicht. Wolltet ihr wirklich bezeugen, dass es neben Allah andere Götter gebe? Sprich, ich bezeuge es nicht. Sprich, er ist der einzige Gott, und ich bin wahrlich fern von dem, was ihr anbetet. Sie, denen wir das Buch gegeben haben, erkennen es, wie sie ihre Söhne erkennen. Jene aber, die ihrer selbst verlustig gegangen sind, glauben es nicht. Und wer ist ungerechter als der, der eine Lüge gegen Allah ersinnt, oder seine Verse für Lüge erklärt? Wahrlich, die Ungerechten erlangen keinen Erfolg. Und am Tage, an dem wir sie alle versammeln werden, werden wir zu denen, die Götzen anbeten, sprechen. Wo sind nun eure Götter, die ihr wähntet? Dann werden sie keine andere Ausrede haben, als zu sagen, bei Allah, unserem Herrn, wir waren keine Götzendiener. Schau, wie sie sich selbst belügen, und das, was sie sich ausdachten, sie im Stich lässt. Und unter ihnen sind manche, die dir Gehör schenken. Doch wir haben auf ihre Herzen Hüllen gelegt, sodass sie nicht begreifen und in ihre Ohren Taubheit. Selbst wenn sie jedes Zeichen sähen, würden sie nicht daran glauben, sodass sie mit dir stritten, wenn sie zu dir kämen. Die Ungläubigen sagen, das sind bloß Fabeln der Früheren. Und sie hindern sich daran und halten sich selbst davon fern. Aber sie stürzen sich selbst ins Verderben. Allein sie begreifen es nicht. Und wenn du nur sehen könntest, wie sie vor das Feuer gestellt werden, dann werden sie sagen, ach, würden wir doch zurückgebracht, wir würden dann die Zeichen unseres Herrn nicht für Lüge erklären, und wir würden zu den Gläubigen zählen. Nein, das, was sie ehemals zu verhehlen pflegten, ist ihnen nun klar geworden. Doch wenn sie auch zurückgebracht würden, kehrten sie ganz gewiss bald zu dem ihnen Verbotenen zurück. Und sie sind gewiss Lügner. Und sie sagen, es gibt kein anderes als unser irdisches Leben, und wir werden nicht wiedererweckt werden. Aber wenn du nur sehen könntest, wie sie vor ihren Herrn gestellt werden, er wird sprechen, ist dies nicht die Wahrheit? Sie werden antworten, ja, bei unserem Herrn. Er wird sprechen, dann kostet die Strafe dafür, dass ihr ungläubig wart. Wahrlich, die Verlierer sind diejenigen, die die Begegnung mit Allah leugnen. Wenn dann unversehens die Stunde über sie kommt, werden sie sagen, oh, wehe uns, dass wir sie vernachlässigt haben. Und sie werden ihre Last auf dem Rücken tragen. Wahrlich, schlimm ist das, was sie tragen werden. Das Leben in dieser Welt ist wahrlich nichts als ein Spiel und Vergnügen. Und wahrlich, die Wohnstätte des Jenseits ist für jene besser, die gottesfürchtig sind. Wollt ihr das denn nicht begreifen? Wir wissen wohl, dass dich das betrübt, was sie sagen. Denn wahrlich, nicht dich bezichtigen sie der Lüge, sondern es sind die Zeichen Allahs, welche die Ungerechten verwerfen. Es sind auch vor dir Gesandte als lügenhaft gescholten worden. Doch obgleich sie verleugnet oder verfolgt wurden, sie blieben geduldig, bis unsere Hilfe zu ihnen kam. Es gibt keinen, der die Worte Allahs zu ändern vermag. Wahrlich, von den Gesandten ist die Kunde zu dir gekommen. Und wenn dir ihr Widerwille schmerzlich ist, nun wohl, falls du imstande bist, einen Schacht in die Erde oder eine Leiter in den Himmel zu finden, um ihnen ein Zeichen zu bringen, dann magst du es tun. Wäre es Allahs Wille, er hätte sie gewiss auf dem rechten Weg zusammengeführt. So sei nicht einer der Unwissenden. Nur die können etwas aufnehmen, die zuhören. Die Toten aber wird Allah der einst erwecken, dann sollen sie zu ihm zurückgebracht werden. Sie sagen, warum wird nicht ein Zeichen zu ihm herabgesandt von seinem Herrn? Sprich, Allah hat die Macht, ein Zeichen herabzusenden. Doch die meisten von ihnen wissen es nicht. Es gibt kein Getier auf Erden und keinen Vogel, der auf seinen zwei Schwingen dahin fliegt, die nicht Gemeinschaften wären so wie ihr. Nichts haben wir in dem Buche ausgelassen. Vor ihrem Herrn sollen sie dann versammelt werden. Die aber unsere Zeichen leugnen, sind taub und stumm in Finsternissen. Allah führt, wen er will, in die Irre und wen er will, den führt er auf einen geraden Weg. Sprich, was denkt ihr, wenn die Strafe Allahs über euch kommt oder die Stunde euch ergreift? Werdet ihr dann zu einem anderen rufen als zu Allah, wenn ihr wahrhaftig seid? Nein, zu ihm allein werdet ihr rufen. Dann wird er das hinwegnehmen, weshalb ihr ihn anruft, wenn er will. Und ihr werdet vergessen, was ihr ihm zur Seite stelltet. Wahrlich, wir sanden schon vor dir Botschaften zu den Völkern herab. Dann suchten wir sie mit Not und Drangsal heim, auf das sie mich anflehen mögen. Warum demütigten sie sich dann nicht, als unsere Strafe über sie kamen. Jedoch ihre Herzen waren verhärtet und Satan ließ ihnen alles, was sie taten, als wohlgetan erscheinen. Als sie das vergaßen, woran sie erinnert worden waren, da öffneten wir ihnen die Tore aller Dinge. Als sie sich dann schließlich über das freuten, was sie erhalten hatten, verhängten wir plötzlich eine Strafe über sie und siehe, sie wurden in Verzweiflung gestürzt. So wurden die Leute ausgerottet, die Frevler waren und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Sprich, was wähnt ihr, wenn Allah euer Gehör und euer Gesicht wegnäme und eure Herzen versiegelte? Welcher Gott außer Allah könnte euch das wiedergeben? Schau, wie mannigfach wir die Zeichen datun und dennoch wenden sie sich davon ab. Sprich, was wähnt ihr, wenn Allahs Strafe unversehens oder offenkundig über euch kommt? Wer anders wird vernichtet werden als die Ungerechten? Wir schicken die Gesandten nur als Bringer froher Botschaft und als Warner. Über die also, die da glauben und sich bessern, soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen aber, die unsere Zeichen leugnen, wird die Strafe erfassen, weil sie ungehorsam sind. Sprich, ich sage nicht zu euch, bei mir sind Allahs Schätze, noch kenne ich das Verborgene. Auch sage ich nicht zu euch, ich bin ein Engel, ich folge nur dem, was mir offenbart wurde. Sprich, können wohl ein Blinder und ein Sehender einander gleichen? Wollt ihr denn nicht nachdenken? Und warne hiermit diejenigen, die da fürchten, dass sie vor ihrem Herrn versammelt werden, wo sie außer ihm keinen Beschützer noch Fürsprecher haben werden, auf das sie doch gottesfürchtig werden mögen. Und treibe nicht jene fort, die ihren Herrn am Morgen und am Abend im Trachten nach seinem Angesicht anrufen. Du bist nicht verantwortlich für sie und sie sind nicht verantwortlich für dich. Treibst du sie fort, so wirst du einer der Ungerechten. Und so haben wir einige von ihnen durch andere in Versuchung geführt, sodass sie sagten, sind es diese, denen Allah aus unserer Mitte huldreich gewesen ist? Kennt Allah denn die Dankbaren nicht am besten? Und wenn jene, die an unsere Zeichen glauben, zu dir kommen, so sprich, Friede sei auf euch. Euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Wenn einer von euch unwissentlich etwas Böses tut und es danach bereut und sich bessert, so ist er allvergebend barmherzig. So machen wir die Zeichen klar, auf das der Weg der Sünder erkannt werde. Sprich, mir ist es verboten worden, dass ich diejenigen anbete, die ihr anruft, außer Allah. Sprich, ich folge euren bösen Gelüsten nicht. Ich würde sonst wahrlich irre gehen und wäre nicht unter den Recht Geleiteten. Sprich, ich folge einem klaren Beweis von meinem Herrn, den ihr als Lüge erklärt. Es liegt nicht in meiner Macht herbeizuführen, was ihr zu beschleunigen wünscht. Die Entscheidung liegt nur bei Allah. Er legt die Wahrheit dar und er ist der beste Richter. Sprich, lege das in meiner Macht, was ihr zu beschleunigen wünscht. Wahrlich, die Sache zwischen mir und euch wäre entschieden. Und Allah kennt die Ungerechten am besten. Bei ihm befinden sich die Schlüssel zum Verborgenen. Nur er kennt sie und er weiß, was auf dem Lande ist und was im Meer. Und nicht ein Blatt fällt nieder, ohne dass er es weiß. Und kein Körnchen ist in der Finsternis der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Und er ist es, der eure Seelen in der Nacht abruft und weiß, was ihr am Tag begeht, an dem er euch dann wieder erweckt, auf das die vorbestimmte Frist erfüllt werde. Zu ihm werdet ihr dann schließlich heimkehren. Dann wird er euch verkünden, was ihr getan habt. Und er ist es, der alle Macht über seine Diener hat. Und er sendet über euch Wächter, bis endlich, wenn der Tod zu einem von euch herantritt, unsere Boten seine Seele dahin nehmen. Und sie sind darin nicht nachlässig. Dann werden sie zu Allah, ihrem Herrn zurückgebracht. Wahrlich, sein ist das Urteil, und er ist der schnellste im Abrechnen. Sprich, wer errettet euch aus den Fernissen zu Lande und im Meer, wenn ihr ihnen Demut anruft und insgeheim denkt, wenn er uns hieraus errettet, werden wir wahrlich dankbar sein. Sprich, Allah errettet euch daraus und aus aller Drangsal, dennoch stellt ihr ihm Götter zur Seite. Sprich, er hat die Macht, euch ein Strafgericht zu senden, aus der Höhe oder aus der Tiefe, unter euren Füßen oder euch in verschiedene Parteien zersplittern und die einen der anderen Gewalttat kosten zu lassen. Schau, wie mannigfach wir die Zeichen datun, auf dass sie sie verstehen mögen. Und deine Leute haben es für eine Lüge gehalten, obwohl es die Wahrheit ist. Sprich, ich bin nicht euer Wächter. Jede Weissagung hat ihre festgesetzte Zeit. Und bald werdet ihr es erfahren. Wenn du jene siehst, die über unsere Zeichen töricht reden, dann wende dich ab von ihnen, bis sie zu einem anderen Gespräch übergehen. Und sollte dich Satan dies vergessen lassen, dann sitze nach dem Wiedererinnern nicht mit den Ungerechten beisammen. Den Gottesfürchtigen obliegt nicht die Verantwortung für jene, sondern nur das Ermahnen, auf das jene gottesfürchtig werden mögen. Und verlasst jene, die mit ihrem Glauben ein Spiel treiben und ihn als Zerstreuung betrachten und die vom irdischen Leben betört sind. Und ermahne sie hiermit, auf das nicht eine Seele durch das ins Verderben stürzt, was sie begangen hat. Keinen Helfer noch Fürsprecher Auch wenn sie jegliches Lösegeld bietet, wird es von ihr nicht angenommen. Das sind diejenigen, die für ihre eigenen Taten dem Verderben preisgeben werden. Ein Trunk siedenden Wassers wird ihr Anteil sein, sowie eine schmerzliche Strafe, weil sie ungläubig waren. Sprich, sollen wir statt Allah das anrufen, was uns weder nützt noch schadet? Und sollen wir auf unseren Versen umkehren, nachdem Allah uns den Weg gewiesen hat? Gleich einem, den die Satane verwirrt im Lande herumgängeln? Jedoch er hat Gefährten, die ihn zum rechten Weg rufen. Kommt zu uns, sprich, Allahs Führung ist die eigentliche Führung, und uns ist befohlen worden, dass wir uns dem Herrn der Welten ergeben sollen. Und uns ist befohlen worden, verrichtet das Gebet und fürchtet ihn, und er ist es, vor dem ihr versammelt werdet. Er ist es, der in Wahrheit die Himmel und die Erde erschuf, und am Tage da er spricht, sei, wird es so sein. Sein Wort ist die Wahrheit, und sein ist das Reich, an dem Tage, da in den Sur gestoßen wird. Er kennt das Verborgene und das Offenkundige, und er ist der Allweise, der am besten unterrichtet ist. Und als Abraham zu seinem Vater Asar sagte, nimmst du Götzen zu Göttern? Ich sehe dich und dein Volk in einem offenbaren Irrtum. Da zeigten wir Abraham das Reich, der Himmel und der Erde, auf das er zu den Festen im Glauben zählen möge. Als ihn nun die Nacht überschattete, da erblickte er einen Stern. Er sagte, das ist mein Herr. Doch da er unterging, sagte er, ich liebe nicht die Untergehenden. Als er den Mond sah, wie er sein Licht ausbreitete, da sagte er, das ist mein Herr. Doch da er unterging, sagte er, wenn mein Herr mich nicht recht leitet, werde ich gewiss unter den Verirrten sein. als als er die Sonne sah, wie sie ihr Licht ausbreitete, da sagte er, das ist mein Herr, das ist noch größer. Da sie aber unterging, sagte er, O mein Volk, ich habe nichts mit dem zu tun, was ihr Allah zur Seite stellt. Seht, ich habe mein Angesicht in Aufrichtigkeit zu dem gewandt, der die Himmel und die Erde erschuf, und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Und sein Volk stritt mit ihm, da sagte er, streitet ihr mit mir über Allah, da er mich schon recht geleitet hat? Und ich zur Seite stellt, sondern nur das, was mein Herr will. Mein Herr umfasst alle Dinge mit Wissen. Wollt ihr euch denn nicht ermahnen lassen? Und wie sollte ich fürchten, was ihr Allah zur Seite stellt, wenn ihr nicht fürchtet, Allah etwas zur Seite zu stellen, wozu er euch keine Vollmacht niedersandte? Welche der beiden Parteien hat also ein größeres Anrecht auf Sicherheit, wenn ihr es wissen würdet? Die da glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit vermengen, sie sind es, die Sicherheit haben und die Recht geleitet werden. Dies ist unsere Beweisführung, die wir Abraham seinem Volk gegenüber gaben. Wir erheben im Rang, wen wir wollen. Wahrlich, dein Herr ist allweise, allwissend. Und wir schenkten ihm Isaak und Jakob. Jeden leiteten wir Recht, wie wir vor dem Noah Recht geleitet hatten. Und von seinen Nachkommen David, Salomo, Hiob, Josef, Moses und Aaron. So belohnen wir diejenigen, die Gutes tun. Und wir leiteten Zecharias, Johannes, Jesus und Ilias. Sie alle gehörten zu den Rechtschaffenden. Und wir leiteten Ismael, Elisa, Jonas und Lot. Und jeden von ihnen zeichneten wir unter den Völkern aus. Ebenso manche von ihren Vätern und ihren Nachkommen und ihren Brüdern. Wir erwählten sie und leiteten sie auf den geraden Weg. Das ist die Rechtleitung Allahs. Damit leitet er von seinen Dienern, wen er will. Hätten sie aber etwas anderes angebetet, wahrlich, all ihr Tun wäre für sie fruchtlos geblieben. Diese sind es, denen wir die Schrift gaben und die Weisheit und das Prophetentum. Wenn diese das aber leugnen, so vertrauen wir es einem Volk an, das es nicht leugnet. Das sind jene, die Allah recht geleitet hat, so Folge ihrer Recht Leitung. Sprich, ich verlange von euch dafür keinen Lohn. Es ist ja nichts anderes als eine Ermahnung für die Welten. Sie haben Allah nicht richtig nach seinem Wert eingeschätzt. Wenn sie sagen, Allah hat keinem Menschen irgendetwas herabgesandt. Sprich, wer sandte dann das Buch nieder, das Moses als ein Licht und eine Führung für die Menschen brachte? Ihr macht es zu Papyrus Blättern, die ihr kundtut, während ihr viel verbergt und wo euch das gelehrt worden ist, was weder ihr noch eure Väter wussten? Sprich, Allah, dann lass sie sich weiter vergnügen an ihrem eitlen Geschwätz. Und dies ist ein Buch, das wir segensreich hinabsandten als Bestätigung dessen, was vor ihm war, auf das du die Mutter der Städte und die rings um sie wohnenden warnen mögest. Diejenigen, die an das Jenseits glauben, glauben daran und sie halten ihre Gebete regelmäßig ein. Wer ist ungerechter als derjenige, der eine Lüge gegen Allah erdichtet oder sagt, mir wurde offenbart, während ihm doch nichts offenbart worden war? und der sagt, ich werde dergleichen hinabsenden, was Allah herabgesandt hat. Aber könntest du die Frevler nur in des Todes schlünden sehen, wenn die Engel ihre Hände ausstrecken? Liefert eure Seelen aus. Heute sei euer Lohn die Strafe der Schande als Vergeltung für das, was ihr an Falschem gegen Allah gesprochen habt. Und weil ihr euch hochmütig von seinen Zeichen abgewendet habt. Und nun kommt ihr einzeln zu uns, wie wir euch zuerst erschufen und habt, was wir euch bescherten, hinter euch gelassen. Und wir sehen bei euch nicht eure Fürsprecher, von denen ihr wähntet, sie seien Teilhaber an euren Sachen. Nun seid ihr voneinander abgeschnitten und das, was ihr wähntet, ist euch dahingeschwunden. Wahrlich, Allah ist es, der das Korn und die Kerne keimen lässt. Er bringt das Lebendige aus dem Toten hervor und er bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor. Das ist Allah. Warum lasst ihr euch dann von ihm abwenden? Er lässt den Tag anbrechen und er macht die Nacht zur Ruhe und Sonne und Mond zur Berechnung von Tag und Nacht. Das ist die Anordnung des Allmächtigen des Allwissenden. Und er ist es, der die Sterne für euch erschaffen hat, auf das ihr durch sie den Weg in den Finsternissen zu Land und im Meer finden möget. Und so haben wir bis ins Einzelne die Zeichen für die Menschen, die Wissen haben, dargelegt. Er ist es, der euch aus einem einzigen Wesen hervorbrachte, als dann für euch eine Bleibe im Mutterleib und einen Aufbewahrungsort im Grab bestimmte. Wir haben die Zeichen für Leute dargelegt, die es begreifen. Und er ist es, der aus dem Himmel Wasser niedersendet. Damit bringen wir alle Arten von Pflanzen hervor, mit diesen bringen wir dann Grünes hervor, woraus wir Korn in Reihen sprießen lassen. Und aus der Dattelpalme aus ihren Blütendolden sprießen niederhängende Datteltrauben und Gärten mit Beeren und Oliven und Granatapfelbäume einander ähnlich und nicht ähnlich. Betrachtet ihre Frucht, wenn sie Früchte tragen und ihr reifen. Wahrlich, hierin sind Zeichen für Leute, die glauben. Und doch haben sie die Djinn zu Allas Teilhabern gemacht, obwohl er sie erschaffen hat und sie dichten ihm ohne alles Wissen fälschlicherweise Söhne und Töchter an. Gepriesen sei er und er haben über das, was sie ihm zuschreiben. Schöpfer der Himmel und der Erde, wie sollte er einen Sohn haben, wo er keine Gefährtin hat und wo er alles erschuf und alle Dinge kennt. Er ist Allah, euer Herr. Es ist kein Gott außer ihm, dem Schöpfer aller Dinge. So betet ihn an und er ist der Hüter aller Dinge. Blicke können ihn nicht erreichen. Er aber erreicht die Blicke und er ist der Allgütige, der Allkundige. Wahrlich, sichtbare Beweise sind nunmehr von eurem Herrn zu euch gekommen. Wenn einer also sieht, so ist es zu seinem eigenen Besten und wenn einer blind wird, so ist es zu seinem eigenen Schaden. Und ich bin nicht euer Wächter. Und so legen wir die Zeichen vielgestaltig dar, damit sie sagen, du hast geforscht und damit wir sie für die Leute, die Wissen haben, klar machen. Folge dem, was dir von deinem Herrn offenbart wurde. Es ist kein Gott außer ihm und wende dich von den Götzendienern ab. Und hätte Allah es gewollt, hätten sie ihm keine Götter zur Seite gesetzt. Wir haben dich weder zu ihrem Hüter gemacht, noch bist du ihr Wächter. Und schmäht die nicht, welche sie statt Allah anrufen, sonst würden sie aus Groll ohne Wissen Allah schmähen. Also lassen wir jedem Volk sein Tun als wohlgefällig erscheinen. und er wird ihnen verkünden, was sie getan haben. Und sie haben bei Allah hoch und heilig geschworen. Wenn zu ihnen ein Zeichen käme, würden sie sicherlich daran glauben. Sprich, über die Zeichen verfügt Allah. Und was gibt euch die Sicherheit, dass sie glauben, wenn sie kommen? Und wir werden ihre Herzen und ihre Augen verwirren, weil sie ja auch das erste Mal nicht daran glaubten. Und wir lassen sie so dann in ihrer Widerspenstigkeit verblendet irre gehen. Und sendeten wir auch Engel zu ihnen herab und sprächen die Toten zu ihnen und versammelten wir alle Dinge ihnen gegenüber. Sie würden doch nicht glauben, es sei denn, Allah wollte es. Jedoch die meisten von ihnen sind unwissend. Und so hatten wir für jeden Propheten Feinde bestimmt. Die Satane aus und der Djinn. Sie geben einander zum Trug prunkende Rede ein. Und hätte es dein Herr gewollt, hätten sie es nicht getan. So überlass sie sich selbst mit dem, was sie erdichten. Und damit die Herzen derer, die nicht an das Jenseits glauben, sich demselben zuneigen und an diesem Gefallen finden und fortfahren mögen, zu verdienen, was sie sich nun erwerben. Soll und er ist es, der euch das Buch klar gemacht und herabgesandt hat. Und jene, denen wir das Buch gegeben haben, wissen, dass es von deinem Herrn mit der Wahrheit herabgesandt wurde. Deshalb solltest du nicht unter den Bestreitern sein. Und das Wort deines Herrn ist in Wahrheit und Gerechtigkeit vollendet worden. Keiner vermag seine Worte zu ändern. Und er ist der Allhörende der Allwissende. Und wenn du den meisten derer auf der Erde gehorchst, werden sie dich von Allas Weg irre führen. Sie folgen nur Vermutungen und sie raten nur. Wahrlich, dein Herr kennt die am besten, die von seinem Weg abirren und er kennt die Rechtgeleiteten am besten. So esst das, worüber Allas Name ausgesprochen wurde, wenn ihr an seine Zeichen glaubt. Warum solltet ihr nicht von dem essen, worüber Allas Name gesprochen wurde? Wo er euch bereits erklärt hat, was er euch verboten hat, das ausgenommen, wozu ihr gezwungen werdet. Und gewiss, viele führen mit ihren Gelüsten durch Mangel an Wissen zum Irrweg. Wahrlich, dein Herr kennt die Übertreter am besten. Und meidet die offenkundige und die geheime Sünde. Jene, die Sünde erwerben, werden den Lohn für ihren Erwerb empfangen. Und esst nicht von dem, worüber Allas Name nicht gesprochen wurde. Denn wahrlich, das ist Frevel. Und gewiss werden die Satane ihren Freunden eingeben, mit euch zu streiten. Und wenn ihr ihnen gehorcht, so werdet ihr Götzendiener sein. Kann wohl einer, der tot war und dem wir Leben gaben und für den wir ein Licht machten, um damit unter den Menschen zu wandeln, dem gleich sein, der in Finsternissen ist und nicht daraus hervorzugehen vermag? Und so wurde den Ungläubigen schön gemacht, was sie zu tun pflegten. Und so haben wir es in jeder Stadt mit damit sie darin Ränke schmieden und sie schmieden nur Ränke gegen sich selbst, ohne dass sie es merken. Und wenn ein Zeichen zu ihnen kommt, sagen sie, wir werden nicht er glauben, als bis wir dasselbe erhalten, was die Gesandten Allahs erhalten haben. Allah weiß am besten, wem er seine Botschaft anvertraut. Wahrlich, Erniedrigung vor Allah und eine strenge Strafe wird die Sünder für die Ränke treffen. Wen Allah aber recht leiten will, dem weitet er die Brust für den Islam. Und wen er in die Irre gehen lassen will, dem macht er die Brust eng und bedrückt, wie wenn er in den Himmel empor steigen würde. So verhängt Allah die Strafe über jene, die nicht glauben. Und dies ist der Weg deines Herrn, ein gerader Weg. Wahrlich, wir haben die Zeichen für die Leute dargelegt, die sich ermahnen lassen. Ihnen wird ein Haus des Friedens bei ihrem Herrn zuteil sein, und er ist ihr Beschützer um ihrer Werke willen. Und an dem Tage, da er sie allesamt versammeln wird, spricht er, O ihr Dschinn, ihr habt euch viele Menschen verschafft, und ihre Freunde unter den Menschen sagen, unser Herr, einige von uns haben von anderen Vorteile genossen, nun aber stehen wir am Ende unserer Frist, die du uns bestimmtest. Er spricht, das Feuer sei eure Herberge, darin sollt ihr auf ewig bleiben, es sei denn, dass Allah es anders will. Wahrlich, dein Herr ist allweise, allwissend. Und auf diese Weise lassen wir die, die Unrecht tun, sich einander zuwenden, wegen dessen, was sie zu tun pflegten. O ihr Djinn und Menschen, sind nicht aus eurer Mitte Gesandte zu euch gekommen, die euch meine Zeichen berichteten und euch vor dem Eintreffen dieses eures Tages warnten? Sie sagen, wir zeugen gegen uns selbst, das irdische Leben hat sie betört, und sie werden gegen sich selbst das Zeugnis ablegen, dass sie Ungläubige waren, dies, weil dein Herr nicht ungerechterweise die Städte zerstören wollte, während ihre Bewohner ungewarnt waren. Jeder hat Rangstellungen für das, was er geleistet hat, und dein Herr übersieht nicht, was sie tun. Und dein Herr ist der, der auf keinen angewiesen ist, und dem die Barmherzigkeit zu eigen ist. Wenn er will, wird er euch hinweg nehmen und an eure Stelle folgen lassen, was ihm beliebt, wie er euch auch aus der Nachkommenschaft anderer entstehen ließ. Wahrlich, was euch versprochen wird, das wird geschehen, und ihr könnt es nicht vereiteln. Sprich, oh Leute, handelt eurem Standpunkt gemäß, auch ich werde entsprechend handeln. Bald werdet ihr erfahren, wer den endgültigen Lohn der Wohnstadt erhalten wird. Siehe, die Ungerechten sind nie erfolgreich, und sie haben für Allah einen Anteil an den Feldfrüchten und dem Vieh, das erwachsen ließ, ausgesetzt, und sie sagen, das ist für Allah, wie sie meinen, und das ist für unsere Teilhaber, Götzen. Aber was für ihre Teilhaber ist, das erreicht Allah nicht, während das, was für Allah ist, ihre Teilhaber erreicht. Übel ist das, was sie beurteilen, und ebenso haben ihre Teilhaber vielen der Götzenanbeter das Töten ihrer Kinder als wohlgefällig erscheinen lassen, damit sie sie verderben und ihren Glauben verwirren können. Und hätte Allah seinen Willen erzwungen, hätten sie das nicht getan, so überlasse sie sich selbst mit dem, was sie erdichten. Und sie sagten, dieses Vieh und diese Feldfrüchte sind unantastbar, niemand soll davon essen, außer dem, dem wir es erlauben, wie sie meinten, und es gibt Vieh, dessen Rücken zum Reiten verboten ist, und Vieh, über das sie beim Schlachten nicht den Namen Allahs sprechen und so eine Lüge gegen Allah erfinden. Bald wird er ihnen vergelten, was sie erdichteten. Und sie sagen, was im Schoße von diesem Vieh ist, das ist ausschließlich unseren Männern vorbehalten und unseren Frauen verboten. Wird es aber totgeboren, dann haben sie alle Anteil daran. Er wird ihnen den Lohn für ihre Behauptungen geben. Wahrlich, er ist allweise, allwissend. Den Schaden tragen wahrlich jene, die ihre Kinder aus törichter Unwissenheit töten und das für verboten erklären, was Allah ihnen gegeben hat und so eine Lüge gegen Allah erfinden. Sie sind wahrlich in die Irre gegangen und sie sind nicht recht geleitet. Und er ist es, der Gärten wachsen lässt mit Rebs spalieren und ohne Rebs spaliere und die Dattelpalme und die Getreidefelder, deren Früchte von verschiedener Art sind und Oliven und Granatapfelbäume, ähnlich und unähnlich. Esst von ihren Früchten, wenn sie Früchte tragen, doch gebt davon am Tage der Ernte dem Armen seinen Anteil und seid dabei aber nicht verschwenderisch. Wahrlich, er liebt diejenigen nicht, die nicht Maß halten. Unter dem Vieh sind Lasttiere und Schlachttiere. Esst von dem, was Allah euch gegeben hat und folgt nicht den Fußstapfen Satans. Wahrlich, er ist euch ein offenkundiger Feind. Acht in Paaren, zwei von den Schafen und zwei von den Ziegen. Sprich, sind es die beiden Männchen, die er euch verboten hat, oder die beiden Weibchen, oder das, was der Mutterschoß der beiden Weibchen umschließt? Verkündet es mir mit Wissen, wenn ihr wahrhaftig seid. Und von den Kamelen zwei und von den Rindern zwei, sprich, sind es die beiden Männchen, die er euch verboten hat, oder die beiden Weibchen, oder das, was der Mutterschoß der beiden Weibchen umschließt? Wart ihr dabei, als Allah euch dies gebot? Wer ist also ungerechter als Ich finde in dem was mir offenbart worden ist nichts, was einem Essenden, der es essen möchte, verboten wäre, es sei denn von selbst verendetes oder ausgeflossenes Blut oder Schweinefleisch. Denn das ist eine Unreinheit und ein Gräuel, worüber ein anderer Name als der Allahs angerufen worden ist. Wenn aber jemand durch Not dazu getrieben wird und dabei keine Ungehorsamkeit oder Übertretung begeht, dann ist dein Herr allverzeihend warmherzig. Und den Juden haben wir alles Getier untersagt, das Krallen hat, und von den Rindern und vom Kleinfieh haben wir ihnen das Fett verboten, ausgenommen das, was an ihrem Rücken sitzt oder in den Eingeweiden oder mit den Knochen verwachsen ist. Damit haben wir ihnen ihre Auflehnung vergolten. Und siehe, wir sind wahrhaftig. Wenn sie dich aber der Lüge bezichtigen, so sprich, euer Herr ist von allumfassender Barmherzigkeit. Doch seine Strenge soll nicht vom verbrecherischen Volk abgewendet werden. Die Götzendiener werden sagen, hätte Allah es gewollt, so hätten weder wir noch unsere Väter Allah etwas beigesellt. Auch hätten wir nichts ohne Erlaubnis gemacht. Genau so leugneten schon jene, die vor ihnen waren, bis sie unsere Strenge zu Kosten bekamen. Sprich, habt ihr irgendein Wissen? Dann bringt es für uns zum Vorschein. Doch ihr geht nur Vermutungen nach und ihr rätselt nur. Sprich, Allah hat den überzeugenden Beweis. Hätte er es gewollt, so hätte er euch alle recht geleitet. Sprich, Herr mit euren Zeugen, die bezeugen, Allah habe dies verboten, wenn sie dies bezeugen, so lege du nicht mit ihnen Zeugnis ab und folge nicht den Neigungen derer, die unsere Zeichen für Lüge erklärt haben, und den Neigungen derer, die nicht an das Jenseits glauben und die andere Wesen gleichsetzen. Sprich, kommt her, ich will verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Ihr sollt ihm nichts zur Seite stellen und den Eltern Güte erweisen. Und ihr sollt eure Kinder nicht aus Armut töten, wir sorgen ja für euch und für sie. Ihr sollt euch nicht den Schändlichkeiten nähern, seien sie offenkundig oder verborgen. Und ihr sollt niemanden töten, dessen Leben Allah unverletzlich gemacht hat, außer wenn dies gemäß dem Recht geschieht. Das ist es, was er euch geboten hat, auf das ihr es begreifen möget. Und kommt dem Vermögen der Weise nicht nahe, es sei denn zu ihrem Besten, bis sie ihre Volljährigkeit erreicht hat, und gebt volles Maß und Gewicht in Billigkeit. Wir fordern von keiner Seele etwas über das hinaus, was sie zu leisten vermag. Und wenn ihr eine Aussage macht, so übt Gerechtigkeit, auch wenn es einen nahen Verwandten betrifft. Und haltet den Bund Allahs ein. Das ist es, was er euch gebietet, auf das ihr ermahnt sein möget. Und dies ist mein gerader Weg, so folgt ihm, und folgt nicht den anderen Wegen, damit sie euch nicht weit ab von seinem Weg führen. Das ist es, was er euch gebietet, auf das ihr gottesfürchtig sein möget. Hierauf gaben wir Moses das Buch, die Gnade erfüllend, für den, der das Gute tat, und als Klarlegung aller Dinge, und als Führung und als Barmherzigkeit, auf das sie an die Begegnung mit ihrem Herrn glauben mögen. Und das ist ein Buch, das wir niedersandten, voll des Segens. So folgt ihm und hütet euch vor Sünde, auf das ihr Barmherzigkeit finden möget. Damit ihr nicht sprecht, nur zu zwei Völkern vor uns wurde die Schrift niedergesandt, und wir hatten in der Tat keine Kunde von ihrem Inhalt, oder damit ihr nicht sprecht, wäre das Buch zu uns niedergesandt worden, hätten wir uns wahrlich besser leiten lassen als sie. Nun ist zu euch ein deutlicher Beweis von eurem Herrn gekommen und eine Führung und eine Barmherzigkeit. Wer ist also ungerechter als der, der Allahs Zeichen leugnet und sich von ihnen abkehrt? Wir werden über die, die sich von unseren Zeichen abkehren, eine schlimme Strafe verhängen, da sie sich abgewandt haben. Warten sie etwa darauf, dass Engel zu ihnen kommen, oder dass dein Herr kommt, oder dass einige Zeichen deines Herrn kommen? Am Tag, an dem einige Zeichen deines Herrn eintreffen, soll der Glaube an sie niemandem nützen, der nicht vorher geglaubt oder in seinem Glauben Gutes gewirkt hat. Sprich, wartet nur, auch wir warten. Mit jenen aber, die zur Spaltung ihrer Religion beitrugen und zu Parteien geworden sind, hast du nichts Gemeinsames. Ihre Angelegenheit wird sicherlich von Allah beurteilt werden, dann wird er ihnen verkünden, was sie getan haben. Dem, der eine gute Tat vollbringt, soll sie zehnfach vergolten werden. Derjenige aber, der eine böse Tat verübt, soll nur das gleiche als Lohn empfangen und sie sollen kein Unrecht erleiden. Sprich, wahrlich, mich hat mein Herr auf einen geraden Weg recht geleitet, zu dem rechten Glauben dem Glauben Abrahams, des Aufrechten, und er war keiner der Götzendiener. Sprich, mein Gebet und meine Opferung und mein Leben und mein Tod gehören Allah, dem Herrn der Welten. Er hat niemanden neben sich und so ist es mir geboten worden und ich bin der Erste der Gottergebenen. Sprich, sollte ich einen anderen Herrn als Allah suchen, wo er doch der Herr aller Dinge ist und keine Seele wirkt, es sei denn, gegen sich selbst und keine Last tragende Seele soll die Last einer anderen tragen. Zu eurem Herrn werdet ihr dann heimkehren und er wird euch über all das belehren, worüber ihr uneins wart. Und er ist es, der euch zu Nachfolgern auf der Erde machte und die einen von euch über die anderen um Rangstufen erhöhte, um euch durch das zu prüfen, was er euch gegeben hat. Wahrlich, dein Herr ist schnell im Strafen und wahrlich, er ist allvergebend barmherzig.